Erstens. Manchmal, wenn du innehältst für einen Augenblick, um einmal kurz zwischen die Zeilen zu treten, wenn statt in Gesichter du in Augen blickst, dann hörst du sie flüstern, die stillen Poeten. Zweitens. Oh, 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 manchmal wär ich gerne schöner, doch das geht auch wieder weg. Oh, 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 jeder ist auf seine Weise gut genug und auch perfekt. Gut genug und auch perfekt.